Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal und ich habe ja mal vor langer, langer Zeit angekündigt, dass auf unserem Kanal bei 200 Abonnenten ein kleines Gewinnspiel stattfinden soll und ja, wir haben ja jetzt schon etwas länger über 200 Abonnenten, 230 sind es im Moment und da dachte ich mir, irgendwann muss es auch mal raus und dann macht es jetzt. Also es geht nochmal um euch dran zu erinnern, um 20 Euro Paysafe Guthaben oder 5 Monate Premium auf irgendeinem Minecraft Server und wahlweise könnt ihr auch FIFA 14 Coins davon haben, also dass wir euch dann FIFA 14 Coins davon geben. Das müsst ihr euch dann aussuchen, auf jeden Fall alles im Wert von 20 Euro, bei 200 Abonnenten, bei 300 Abonnenten im Wert von 30 Euro und ja, was müsst ihr dafür machen? Also, in den nächsten Videos, die rauskommen, also hochgeladen werden, werde ich irgendwo in dem Video ein Buchstabefall stecken und in den nächsten 5 Videos kommt dann ein Wort daraus und dieses Wort müsst ihr in die Kommentare schreiben. und also, ne, die Kommentare sind eigentlich schlecht. Ihr müsst uns das per private Nachricht schreiben und dann könnt ihr gewinnen. Am Ende wird natürlich ausgelost, wenn mehrere das richtig haben und dann könnt ihr halt gewinnen. Und, ähm, ja, die Aktion startet, ähm, 30.04. heute ist der 30.04. Und, ähm, wann die endet, das weiß ich nicht, je nachdem, wie regelmäßig ich die Videos hochlade. Ich schätze mal, in, äh, 5 Tagen. Also, dann ist das Video hoch. Dann könnt ihr, sagen wir mal, noch einen Tag, äh, Kommentare schreiben und, ähm, ja, danach, also private Nachrichten meine ich, ne? Wenn ihr Kommentare schreibt, wäre es ziemlich dämlich, weil dann könnten die ja dann auch drauf kommen, dann haben die, äh, ja, auch Chancen zu gewinnen. Ähm, und, ähm, ja, in 6 Tagen, also in einer Woche, sagen wir mal, eine Woche, eine Woche ist gut, in einer Woche gucke ich danach, was wir für private Nachrichten bekommen haben und, ähm, ja, dann werde ich, äh, einen Gewinner auslosen und, ähm, ja, so soll das ablaufen. Ja, das war's zum Gewinnspiel. Dann noch ein, äh, paar allgemeinere Infos. Videos, kommt altes Live und jetzt bald auch wieder Minecraft und, ähm, ja, das war's. Einmal noch zum Gameplay. Das Gameplay ist, äh, hier, jetzt, äh, Arena Brawl, Vierer Arena Brawl auf dem Hypixel Server und danach ist eine Runde Superjump, äh, ist das auch auf dem Hype? Ich weiß es gar nicht, auf welchem Server das ist. Ähm, Superjump ist das auf dem Hypixel? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall auf, äh, eine Runde Superjump und, ähm, ja, dann würde ich euch sagen, viel Spaß noch beim Gameplay, wenn ihr weitergucken wollt. Vielleicht verstecke ich ja schon zum Testen diesem Video einen Buchstabe, der dann natürlich nicht zählt. und, ähm, ja, ich hoffe, dann wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ihr müsst jetzt natürlich regelmäßig gucken, wenn ihr, äh, den gerne gewinnen wollt. Und, ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020